Willkommen zu Letzt Battle WarioWare am frühen Morgen also um 12 Uhr und dabei ist überhaupt nicht der Mac-Man LP. Niemals. Und äh ja wir zocken das jetzt hier. Das ist so ein armes Game und deswegen lieben wir es. Du liebst es? Du hast gerade doch gesagt du hasst es. Ich hasse es weil ich die ganze Zeit verliere. Aber irgendwie ist es lustig. Ja. Ja. Das ist gut. Ich fahre dann mal hier ein bisschen rum. Achso und Lornau ist rot und ich bin blau. Kann man ja immer mal dazu sagen. Ja wieso nicht. Ist voll am Gewinn. Oh ich habe gerade schon mal mental gegratet. Haben sie verpäckte Knülle? Nein. Ja verpäckte Knülle. Knülle. Ja Knülle. Ja Knülle. Ja jetzt schieße ich dich ab. Ja. 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 Das Ganze wird übrigens nach mal MarioWare Let's Play hochgeladen. Das wird übrigens nicht das einzige Spiel sein was wir hier betteln. Man muss sagen ich habe den Vorteil dass ich das Ganze schon kenne. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich habe es gerade einmal. Nein zweimal geschossen. Ja genau. Aber es ist sowieso so leichte Steuerung da muss man sich nicht groß einspielen. Ja. Momentan fühle ich zumindest nicht aber. Naja. Nein. Es kann ja noch kommen. Scheiße man. Aber erst lustig wird wenn dieser Scheiß Jimmy kommt. Nein. Ich hasse dich Jimmy. Jimmy du auch noch. Jimmy so cool. Jetzt mag ich ihn irgendwie. Ah. Komm dann mal Jimmy. Nein. Oh das war knapp. Das war knapp. Ich dachte schon Jimmy tötet mich. Ah. Das war ein bisschen. Ach. Hier tue ich richtig. Das reicht jetzt noch mal oder? Ne wir machen jetzt das nächste. Okay. Chicken Ray. Man muss einfach möglichst nah an den Rand kommen aber man darf nicht über die Kante. Ah ja ja. Und du kannst anziehen. Also erstmal wird die Strecke gezeigt. Du wirst einfach... Und du musst möglichst da oben hinkommen aber du darf nicht über die Kante ... und Prozent da mach einfach nicht zu lange ich mache jetzt zum Beispiel so habe ich so so ich hab ein bisschen stärke gemacht gewonnen aber es gibt Gelegenheit und drei Runden so neue Strecke da kann man natürlich am Ende sehr schön abkacken, weil Scheiße, Mann! du musst auch noch machen ich hab's schon gemacht ich bin da aus Versehen drangekommen du kannst noch gewinnen höh scheiß Strecke komm schon, komm schon, jaaa nein, du hast gewonnen da braucht keine Strecke wo das war vielleicht ein bisschen zu hart bei mir das hab's mal nicht na, geht gut, gewonnen yeah der hat der Master hier der Fuß gefällt nicht ne, wir machen einfach alles spiele hier einmal von daher das passt jetzt danach spielen wir noch mal ich hab's dir na gut dann halt noch mal Dong Dong das ist auch geil das hab ich mit mega Trommelfeuer gegen mich selber geklappt gehst du mal eh fest? also, du musst mit dieser Stange das Seifenstück des Gegners irgendwie weiß nicht, was das sein soll mich sieht's aus wie Seife ram da, äh, auf die Seite des Gegners wow nein, du tötest mich voll ha, endlich war's mit dir nicht gut bin oder haben wir nicht getan irgendwie bin ich grad so langsam ja ich weiß auch nicht, was passiert ist ich weiß auch nicht, was passiert ist komm schon, immer knapp daneben ja nein juhu du 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 tier ja 9 scheiße schnelles spiel ihr muss wieder drei mal gewinnen ja ja hey Hey! Nein! Das hätte schon sein können Boah Ist wieder langsam geworden Scheiß Spiel Nein! Hä? Den hab ich geschoben Ich hab ihn auch geschoben Haha Hahaha, so viel dacht du Nein! Äh? So Ich hasse dich Chuck Norris Kann alles Genau wie ich Ja Haha Nein! Äh Ich hätte nie gedacht, dass so ein Spiel mich fesseln kann Ja Da siehst du mal Man erlebt immer wieder Überraschungen im Leben Besonders als alter Mann, wie du äußerst bist Da sieht man was Dong Dong nicht einmal Dong Dong ist auch ein sehr interessanter Name, würde ich an dieser Stelle sagen Ich mein, Dong Dong halt, ne? Weiß man schon direkt, worum es geht Ja, das stimmt Ja Ja Weiß man direkt, das ist ein Spiel für mich Oder Nö Das müll ich nicht zocken Also Mir ist es eher so das Zweite Ich bin so richtig auf Töte dich gleich Ich mich auch Ja Stirb Haha Ja Ich hab gewonnen Haha Hab ich dich einfach abspackt Oh Das nächste Spiel Ich hol mir Dong Dong glaube ich Hördl 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 Äh, du musst über die Teile springen Okay Hey Boah Ja, ich hab's geschafft Führer Hördl 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 nachdem er gut und in die Lachen Loller und gewinnen wenn die Schlamm war ein Spiel gegengelaufen das Weltmeisterung gewesen aber trotzdem hier 3 zu 0 gewonnen also was wird sich von den Spielen noch mal spielen ähm keine ahnung dann spielen wir einen neuen ach so, ne, ich wollte noch äh, hier, äh, Chicken Race da, Chicken Race, ok, nochmal Chicken Race bitte für den, äh, Max Man hier oh, das ist aber total beschritten oje, das war jetzt sehr gewagt wenn wir jetzt unentschieden haben, ne nein Acker nach einer gewonnen Scheiße möglich war immer dort wieder zugebracht was das ist eine ganz gerade Strecke, das wusste ich nicht ich wusste ich auch nicht weil ich war dann wieder noch gewagt, dass du mich wenn ich mich wieder runterrollen, aber egal wieder ganz gerade ach so Scheiße, da darf man nicht zu gewagt machen sonst stirbt man was? hä, du hast gewonnen dachte ich eigentlich auch ich hab jetzt glaube ich gewonnen, oder? ja nein knapp, nur 5 Angels sehr schön, ähm, was haben wir noch? naja, man kann eigentlich jetzt nicht mehr zu zweit machen wir können nochmal versuchen zusammen Vario zu schlagen nicht ähm, vielleicht willst du nochmal Jump Forever spielen ja genau kannst du für immer, äh, Seiten springen für immer ja drück einfach immer A immer A immer so immer wenn du springen musst genau ja und äh, das machen so zwei nette Damen für dich schön die heißen Kat und Kat demnächst auf der DSF ja, genau ja, genau oh, das ist schneller und was passiert wenn ich mich hinlege? oh oh da kommt Game Over der liegt da so schön außerdem haben wir noch das Skating Board das mach ich jetzt wieder was machst du jetzt wieder? oh oh Action Game wo ach boah das war dumm mache ich lieber Headbanging guck hier kann man eigentlich auch machen so ja boah oh Gangster 4 wenn mich wieder ein Kater so von den komischen Video war die Lieder im Herzen sollten wir eigentlich auch noch mehr genau ich weiß auch nicht mehr irgendwas mit top-ten lustigste Tiervideos die Top 10 und dann kommt Platz 5 ja irgendwie so was war ja keine Ahnung wir gucken noch mal den Namen an und dann schreibt das um seine Tatsache in den Kommentaren ganz gut nicht von mir erwarten ich mach mal Paper Plane, so schwierig und warum ist das was man damit hin und her steuern damit der fühlt sich jetzt toll mal schauen wie viel du schaffst ich hab schon im letzten Part von WarioWare ah einen guten Heizkollern gelegt also nicht 30 sondern irgendwie 15 oder so hey das machst du gut du hast meinen Heizkoller geknackt glaube ich nein einen nur so lustig das Geld und was ist dein Heizkoller? ja Heizkoller 30 ne es ist nicht mein Heizkoller aber warum steht der denn da? das ist der Voreingestellte den muss man erstmal knacken aha oh Eileen schreibt das zurück äh oh Persönlichkeitsführung ah hehehe mach du lieber ah drücken oder muss man das jetzt nicht ach nee Palt war's nicht sorry ich vergesse was wirklich ja macht nicht hä? was war das Daniel? du hast nach unten gedrückt ah verdammt wurde das kann man jetzt auch verboten äh nein ich glaube nicht versuchen wir es auch also so ein Stück das Licht ab geht nicht ja jetzt bin ich auch nicht der geht immer nach unten warte doch mal nee das das was wahrscheinlich nicht schnell genug du musst du dann schon ein bisschen mehr Gas geben das geht nicht der ist kaputt der ist kaputt ich sag dir der ist kaputt so gut und er hat genau zu dem Jahr 1970 ah jetzt läuft man muss das irgendwie drückt halten oder so was weiß ich äh Scheiße wo ihr das ist knapp ah knapp knapp wo ihr euch aber gut wirklich nicht ich kann nicht mehr nach unten drücken da muss man nur kurz gedrückt halten also das wird schwierig aber ich hab 20 ich glaub bei so einer Stelle bin ich auch mal gestorben und ich weiß nicht ob die manchmal früher und manchmal später gucken ja klar ich versuchte an zu gehen dass du merkst hast und so äh ich hab grad versucht darunter zu spielen dass ich da schon mal war ist schon klar ist schon klar ist schon klar ich versteh sowas doch na wenn man so angehen würde so ich glaub das Spiel werde ich werde ich irgendwann mal rufen ja gut für dich hey nicht schlecht boah Flugzeiten okay ich hab einen neuen Highscore weil es war ja grad leicht ich meine da war ja nichts mehr ja genau ah so ein Scheiß aber das hat sich halt nicht schlecht was ja du schaffst auch mal was du nicht sehr ich will ja eigentlich nochmal für Chiritori pp c aber sie die Natur ist glaub ich zu mir ein paar Neuker dann Schiri Tori nicht Schiri Tori weil Schiri Tori in Japan schimpft wo man eh Kräten anbieten was ich gesagt wurde Maita wenn sagst du ausmachen dann machte ich wenn er auch bei der Nürnberg oder Papierflieger und dann macht du germanisch dann machte ich die Schildbeck und dann machte ich den Beckenmann wenn man nicht ich glaube ich bin ich bin der Kehrmann der Lehrerin die Lehrerin ich habe das Leben und wenn ich es auch hier Prozent ja ab ja tatsächlich der Schilder hat die Prozent aber wenn er in der Auffassung Prozent die Konkurrenz machen die Spiechen von der Wartemann vielleicht die Geil wenn du nicht machen man spiechen die zum Abwechslung der da da und man kommt immer was anderes drück einfach ab ja wenn er da unten ist dann musst du 30 Meter hochspricht jetzt bin ich wieder Ah! Moment Noi! Haha wer hat wieder hin gekriegt, das macht zu! Ich hab keine Meinung, was ich machen soll muss jetzt oben zuschlagen jetzt bin ich wieder wir schaffen das jetzt zusammen zusammen schaffen wir es, wenn ich die Rede verstehe warum sind da unten unsere einkolle Basile? ich habe keine Ahnung, deswegen hab ich das auch falsch gemacht ich hab keine Ahnung, deswegen hab ich das auch falsch gemacht ich hab das auch falsch gemacht ich hab das schon mal gesehen ich hab das schon mal gesehen ja klar Jimi Hendrix hat es geschafft ... von irgendjemandem ... ähm Internet Warte, weil das geilste Spiel von allen, ne? Ja, das ist auch cool. Das ist Paperplane für Arme? Nein. Paperplane gibt's hier auch irgendwo. Genau, das Paperplane, das ist das normale. Ja, musst du da oben in der Mitte in die Nase kippeln? Äh, ja, da muss man mit dem... Nein. Ich wollte eigentlich... Hey, das ist unser kleiner Heldi. Ähm, das da. Das ist das coolste Spiel, finde ich. Da, 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 da. Ohohoho, wie kann man sowas vorher alles machen? Hahaha, wie viel lachen? Nes, die Nase liebt noch. Das ist das gut. ja ja noch nö das habe ich noch wer was muss man machen und muss auch zügig hochziehen 2 1 2 3 der so stark hoch ok ah jetzt weiß ich wie es gehen soll ja der Kasten Rekord ist aber aus ist mir egal nochmal aktivieren ok da 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 so geil oh der Leuchten im Hintergrund darauf habe ich noch nie geachtet ja das im Hintergrund da mit den Freien der Leuchten im Hintergrund ja sehr schön und wie ich auch immer ein mit drauf wenn man bringt nicht müssen ja klar und dann hat man so ja ja voll angestrengt nein ja ja ich bin auch mal frei ein Verboten wo auch richtig genau ja aber das hat er ich bin ja mit er hat mich auch geschafft danach mit den beiden das ist schwer das ist nicht geschafft jetzt kommt noch einer wir flach der noch nach aber Shooter Probe noch und jetzt werden wir zu werden nicht geschafft mit dem Kunden er ist geschafft trotz bieter er hat gelb er wird in der Klappe auch ab er hat nach oben er hat ja genauer jedenfalls haben wir dann wird man immer was sie die Tore zum Abschluss ich meine die Tore Rio de Janeiro was mit Romachen Rio de Janeiro die Erkennung saugt und eben noch mal dahin was für staubsauger hier im englischen staubsauger sachen das war einfach die ganze zeit gedrückt halten wer einfach gewonnen ok dann gucken wir mal wer jetzt gewinnt zu gewinnen weil irgendwie nicht in meiner Bahn stört mich in meiner Bahn so kommt er wenn ich liebten und gesagt wir machen es so wichtig das so geht schon mal nicht die Akademie und ich bin sicher so will man nicht klick nein egal ähm komm schon komm zu Papa hey nein 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 oh nein ich habe mehr als du das ist noch nie so gewesen nein nicht Jimmy einsammeln nein ich bin da hat ich will doch für mich wenn alle meine Sachen wieder ein ich habe die fetten Klopfen gesammelt und zwar alle ich will lieber nicht einfach nein nein noch nie ist so ein episches ja Jimmy wollte ich wollen ja ok ich glaube wir sind auch am Ende oder oder ich glaube wir machen einfach noch mal als äh abspann boah Epilog ansehen und zwar zu Jimmy weil er so cool ist oh ja 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 ich glaube der braucht auch einen Taschentuch wie der so ne Nase hat scheiß ich nur ne Scherz drin hat hat der in der ach so ne ne ach so 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 ne einer durch die Luft ok yep geil geschafft die nächsten 3 erwarten ich schon ah ja ja ich hab ja jetzt eh schon ne volle Cafeteria von daher ja haha ich lösche einfach mal alle meine Daten ja ok bist du doof? ne ich hab jetzt zum Glück noch diesen Safestate hier oh ja in dem du don't spielst aber jetzt ist mein Highscore nicht gespeichert worden den ich heute aufgestellt hab neun 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 na aufpassen pass auf man waaah 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 schnapp es dir hä der weiß gar nicht schnapp es dir eeh eh gib du ja 4 schnapp die hier ein und noch eine ultimative Kästchen und das kriege ich jetzt zu... Nee, er muss den Typen noch erledigen. Boomerang! Du kannst ja Boomerang werfen, das glaubt man nicht. Und der zerstört sich immer, das glaubt man nicht. Tataaa, tududu. Hey, im Let's Play habe ich es richtig schnell geschafft, den zu quillen. Äh! Ist auch irgendwie nicht so schwer, oder? Haha. Ah, ein drittes Mal. Ich wusste nicht, dass man ihn ausweichen kann. Deswegen hatte ich die ganze Zeit nur gefeuert und trotzdem hat es irgendwie geklappt. Come on! Geschafft, du hast die goldene Scheiße bekommen. Jepp, die goldene Scheiße. Aufgenommen, heilige Scheiße. Na, so ich muss laufen. Hm? Laufesel, lauf! Laufesel? Also, ich glaube, Mario, finde das nicht so toll, wenn er plötzlich ein Laufesel genannt wird. Ja, Mario, finde das ganz toll. Das war super. Ah, geschafft. dawns KrPal�� Ganz viel Cash. Den Abspann noch mal ansehen. Der hat einfach so krasse Sachen an. drei Wochen später jetzt gucken wir uns den Abspann einfach nochmal ins Spiel an die Musik ist ja geil Klingt fast wieder und schnell gespielt Weltallerhause der Aspekt ja ach du hast dich so genannt ne da waren die keine Entwickler da stand ja auch Monat Äffchen und so was drin in den Credits jedenfalls das war unser letztes Battle hier was irgendwie nur voll spontan aufgenommen wurde und so gar nicht doch schon auch als die vier hier schon als einzige ja der kurze der Typ ist ja süß aber nicht so cool wie äh Dings äh ach wie heißt er unser Jimmy Henrich hä warum weil Jimmy einfach unvertreffen ok also kurz Jimmy m ja egal das ist nur was ich für ein Progamer bin so aber eigentlich wollte ich dir sagen schau bis zum äh Display von mir oder sowas keine Ahnung ähm Macman Tibi da der keinen Kanal hat ich habe mich so auch an einer Zeit zu hoch er braucht eigentlich nur Namen und er hat einen Mac und deswegen ja haben wir ihn so genannt das war erstmal so cool wie die Lohon wenn ich mir einen Kanal machen und ich mich ganz sicher nicht schluss ja egal ne ja scheiß doch auch die Wand an. Ja, scheiße. Alter! Was war das denn? Boah, geil. Du hast voll geschafft. Alter, du schaffst alles. Was für ein Film. Nein, nicht nochmal. Okay. Tschau. Äh, Aufnahme.